Jura in Tübingen auch digital? Der persönliche Kontakt mit den Studierenden ist unersetzbar, aber der Hörsaal ist nicht die Grenze unserer juristischen Kommunikation. Jura in Tübingen ist digital. Wir haben unterschiedliche Angebote zur digitalen Lehre selbst erstellt. Podcasts von Vorlesungen, Seminaren und Fallbesprechungen sind überall abrufbar. Videokonferenzen ermöglichen Lehrenden und Studierenden flexible und ortsunabhängige Vorlesungen. Jedes Buch nur einen Klick entfernt. Durch die Online-Bibliothek ist Lesen von überall möglich. Jura in Tübingen ist effektiv. Die digitalen Instrumente sind für alle einfach zu bedienen. Wir haben jetzt perfekte digitale Lehrinstrumente entwickelt, damit wir diese auch künftig bedarfsgerecht und flexibel einsetzen können. Da Präsenzunterricht an der Universität und Digitalisierung keine Gegensätze sind, verbinden wir bewusst beides miteinander. Es ist wirklich einfacher, als man denkt. Super erklärt und intuitiv. Wir garantieren einen hohen Datenschutz durch unsere hauseigenen Programme. Unser Computerzentrum berät bei IT-Fragen. Computerzentrum der Juristischen Fakultät, was kann ich für Sie tun? Jura in Tübingen ist vielfältig. Digitale Angebote sind kombinierbar nach Bedarf und Zweck. Das gesamte Vorlesungsspektrum ist voll digitalisierbar. Und das gilt auch für Zusatzangebote wie Recht, Ethik, Wirtschaft oder Recht und Rhetorik. Sie können daher sicher sein, dass Sie hier in Tübingen die allerbesten Bedingungen für ein erfolgreiches Jurastudium vorfinden werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2018